Erklär mir, wo soll ich hinpassen, Chat? Alle meine Spieler sind gedeckt. Alle meine Spieler sind einfach gedeckt. Er kriegt wieder den Ball. Er kriegt wieder den Ball. Er kriegt zwei Mal wieder den Ball. Er kriegt zwei Mal wieder den Ball! Ey, was soll ich dagegen tun? Ey, ich hab so keinen Bock mehr auf die Weekly. Ich bin einfach dran. Ich glaub, ich spiel einfach gar nicht mehr weiter. Scheiß auf dieses Drecksgame, Alter. Du brauchst dich nicht entschuldigen. Bruder, wie kann er zweimal den Drecksball schon wiederbekommen? Wir können uns weitergehen mit der Kaktusfarm. Ah, schon wieder. Mach's bitte noch. Was, Netzwerkverbindung? Piss dich! Geh raus da! Oh, dieser Scheiß-Controller am Arsch, Alter. Hoffentlich ist er einfach am Arsch, Mann. Ich hab einfach keinen Bock mehr auf dieses Drecksgame. Du brauchst Wurtler, damit ich ein Permaband kriege. Hoffentlich geht mein Scheiß-Controller, obwohl ich nie wieder FIFA spielen muss. Ey, 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 ey! Ey, der erwürgt mich, Dicker! Ey, was soll das? Schredder, VAR, aber mal ganz schnell, VAR! Aber mal ganz, ganz schnell! Den brauchen wir jetzt aber. Was war denn hier los? Was war denn hier los? Was macht VAR an? Torwart? Du dummer Hur! Dieser Torwart, ne? Ich schwör's dir, Alter! Der lässt dich nur fallen, Leute! Aaaaaaahhh! Aaaaaahhh! Aaaaaahhh! Was? Ui Hä? Warum hat es nicht gezählt? Hä? Warum hat es nicht gezählt? Abseits? Ich hab den Ball nicht mehr berührt du Hund Hey du musst doch zählen Nein, nein, nein Oh, ist der Offside Ist der Offside, Mann Oh Gott, aber ich hab ein bisschen meine Wut rausgelassen, Mann Also langsam wird das zuviel, hey Oh, oh Gott Eiken! Eiken, er ist hier endlich! Oh bitte! Stürmer, bitte Kräuf! Oh Was ist hier? What? Danny, sag was! Danny! Danny! Danny? Dafür gibt's Elfmeter Dafür gibt's Elfmeter Dafür gibt's Elfmeter Hey, also das ist ja nicht mehr normal, oder? Das ist ja nicht mehr normal, Digga Was? What the hell? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Ich hab Flanke gedrückt bei dem Kopf vorbei Ich hab Flanke gedrückt bei dem Kopf vorbei Oh shit! Ja, Autoblock Schieß ihn jetzt rein! Schieß ihn jetzt rein! Jetzt aber! Digga, dieses Spiel Es macht einen zum anderen Menschen Feine, 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 Feine Feine, 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 Feine Lol, war der Ball nicht im Tor? Was ist ein Tor? Was ist ein Tor? Oha, was ist ein Boost? Oh mein Gott, was war das für ein Boost? Lol Walkout Blue One Äh... Tu es bitte! Beulat Cindy Was sind wir denn Jungs?! Genau das wollen wir hier! Ooooh〜 Das ist so krass Pech! Das ist so krass Pech! Das ist so krass Pech Freunde, seid mir ehrlich! Wie krass Pech ist das?! Bruder jetzt, ey jetzt aber Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Was? Digga. Okay, da war R1 fehlverlässig die beste Wahl. Oh, wie schnell. Ehrlich, ich werd heute nicht mehr. Ich werd heute nicht mehr, ehrlich. Ich werd heute nicht mehr. Ich werd, ich werd heute nicht mehr. Uuuuhuuhuuhuuhu. Yo, hat der Ding gerade hier mit Rabona gemacht oder was? Ja, da war. Ah ne, wieder FIFA-Krankheit. Ich hasse diese Krankheit. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Wir warten noch nicht. Was ist jetzt? Was ist mit dir, Junge? Ach komm, fick deine Mutter. Ich krieg einen Elfmeter für nichts. Für nichts. Für was gibt's den Elfmeter, Mann? Junge, ich hab nicht gekriegt, seid ihr alle behindert. Schon wenn der nächste, der sagt, dass ich reingekriegt spür, den banne ich Instant-Perma, Alter. Seedorf! Und R3 so bewegen, dass du den anderen Spieler nur bewegst oder so, ne? Ja, Mann. Uäh, lol. Was war das für ein Tor? Ja. In dem Stream scheiss ich auf dem Tisch, Mann. Dann lösche ich meinen Twitch-Kanal hier. Der nächste Walkout, was ist hier los? Son! 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 Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Ja, starker Pass. Leroy Sané. Martial! Überragendes Tor! Erneut, mal durchgedanced, mein Gott! Du musst dir ein bisschen Zucker geben! Ja, der hat gerade so eine Torte gesehen für sein Tor. Da hat er ein Stück Kuchen gesehen. Benjamin Blümchen-Torte. Das ist die Chance! Das sieht man sogar bei dem Eierkopf Sidney ganz gut, ne? Sidney ist ein Fußballprofi, Freunde. Der hat bei Hertha gespielt und der will... Der feiert es, mehr YouTuber zu sein als Fußballprofi. Das ist zu krass! Ich als Kind damals, Freunde. Wenn du mehrmals Fußballprofi spielst, ich hätte alles dafür getan. Der Typ ist Fußballprofi und der fühlt es mehr, YouTuber-Streamer zu sein als der Fußballprofi. Das ist zu krass! Da sieht man halt, dass die Jugend heutzutage sich einfach in diese Richtung entwickelt. Schon irgendwo, muss ich auch sagen, ich als E-Sportler, der natürlich auch in diesem digitalen Fall drin ist und der auch davon profitieren wird in Zukunft. Weil ich auch in diesem Bereich wahrscheinlich in Zukunft arbeiten werde. Aber ich finde es auch traurig, dass das so ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das war doch, was wir aus? Die Sprache ist ein B compensator. Wie Driven will ich mir sein, Ich bin sicher.